Geboren war Gigi zum Star auf dem Eis. Heute verläuft sein Leben in anderen Bahnen. Wie läuft's? Wie läuft's im Profi? Super. Doch das soll sich alles ändern. Man sollte mehr aus dem Leben machen. Wir sind doch voll dran. Was kann's denn? Der Ligaerhalt. Du bist jetzt bald 50. 47. Die Saison ist vorbei, Gigi. Tut mir leid. Du hast doch null Ahnung von Hockey. Das ist Comeback. In der Damm-Mannschaft. Du mit deinen Hura-Scheiss-Ideen! Der Gang doch wieder Postverträge! Was machst du da? Postverträge? Mitten in der Nacht. Jetzt muss Gigi nicht nur sein wichtigstes Spiel sondern auch seine Familie zurückgewinnen. Du musst keinen Kater. Nein, ich würde dir nicht weh. Aber du musst jetzt durch. Woher willst du jetzt die fällenden Topf-Spieler auch nicht zaubern? Hey, hoi! Ein bisschen Bewegung würde meine auch nicht schaden. Warten ihr so, ihr alter Sickle! Hey Girls, dann tun wir es selber wieder in die Hose. Wenn die wieder anfangen, Hockey spielen, dann sitzt sie nicht immer in der Beine zusammen. Dann sitzt sie nur noch in der Beine zusammen. Hast auch wieder recht. Weisst du was, Oppi? Da hinein bestimmen wir, was musiktechnisch abgegeht. Sonst spielen wir einfach nicht. Mäuterei auf der Baumti quasi. Dann wollen wir mal. Kannst du auch? Dem Alter bin ich nicht aus. So sagst du aber nicht aus. Segen Sie auch nicht, dass das alles nur wegen ihrer Macht? Jungs, heute ist das wichtigste Spiel von eurer Karriere. Let's go! No, 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 no. Ah! Ah! Ah!